Hallo Ali und herzlich Willkommen zum Fünf-Gänge-Menü der United YouTube Cooks. Ich werde heute als Hauptgericht Brust und Keule von der Wachtel zubereiten. Dazu gibt es Kartoffelstampf mit Steinpilzen, glasierte Fingermöhrchen und ein lecker Portweinsüßchen. Ich benötige dafür heute Wachtelkeulen und Wachtelbrust. Die Wachtelbrust werde ich jetzt gleich noch mal häuten. Die Haut werde ich separat braten und dazulegen. Dann werde ich die Brust in Speckstreifen hier, in Frühstücksspeckstreifen einwickeln. Vorher noch ein bisschen salzen, vorsichtig salzen, weil der Speck ja schon Salz hat. Die Keulen werden nicht eingewickelt, die werden etwas stärker gesalzen und gepfeffert. Beides dann im Butterschmalz scharf anbraten. Die scharf angebratenen Teilchen dann wieder zurückgeben in diese Schälchen, Alufolie rüber, im Backofen nachgaren. Für das Kartoffelstampf nehme ich Kartoffeln, die werden ganz normal gekocht, kommen dann nachher durch die Kartoffelpresse durch. Dann gebe ich noch ein bisschen Steinkülze dazu. Die werde ich, das sind jetzt etwa fünf Gramm Trockengewicht, die werde ich jetzt in lauwarmen Wasser gleich einweichen. Ich werde sie dann nachher ausdrücken, ein bisschen in Butter noch anbraten, zum Kartoffelstampf dazugeben. Dann auch noch ein bisschen Milch dazu, dass das Ganze ein bisschen geschmeidiger wird. Etwas Petersilie dazu und dann noch mal mit Salz abschmecken. Die Möhrchen werde ich in Salzwasser fünf Minuten köcheln lassen. Dann nehme ich sie raus, werde in einem separaten Topf noch mal Butter und Zucker karamellisieren, die Möhrchen dazugeben und noch etwas Kochwasser von den Möhrchen und so lange dann in diesem Kopf vor sich hin köcheln lassen, bis das Wasser komplett verkocht ist. Dann haben sie diese schöne glänzende Oberfläche. Das Portweinsüßchen dafür werde ich dann nachher den Portwein hier etwa 100 Milliliter nehmen, den etwas einkochen lassen, dann aufgießen mit dem Wildfond. Das Ganze auch noch mal mit Pfeffer und Salz abschmecken und eventuell, ja nicht eventuell, auf alle Fälle noch ein bisschen Butter dazu und eventuell noch mal ein bisschen mit Stärke binden. So, ich werde mir das Ganze jetzt mal vorbereiten und zeig dann gleich, wie ich es zubereite. Als erstes werde ich jetzt die Pilze einweichen. Die gebe ich einfach hier in eine Tasse rein und mache lauwarmes Wasser darüber. Und zwar mache ich immer dieses ganze Läppchen voll und stelle dann oben, damit die also auch gut drunter gedrückt werden, etwas zum Beschwerden noch eine Tasse damit über und lasse sie dann jetzt so 20-30 Minuten aufquellen. In der Zwischenzeit werde ich jetzt die Kartoffeln schälen und die Möhrchen putzen und die Wachtelbrüstchen enthäuten. Die Brüstchen sind jetzt enthäutet. Ich habe sie noch mal in der Mitte geteilt und werde sie jetzt in den Speck einwickeln. Die ersten zwei habe ich schon. Dazu nehme ich mir einfach so die Wachtelbrust, halte sie so, lege so ein Stückchen über und wickel das dann einfach so um, dass möglichst alles bedeckt ist. So, das mache ich mit der zweiten hier auch noch. Die habe ich also, die Brüstchen habe ich also vorher schon gesalzen und gepfeffert ein bisschen. Die Keulen etwas stärker. So, dann kann das jetzt auch gleich in die Pfanne. Das Butterschmalz habe ich jetzt hier in einen Topf gegeben. Das habe ich absichtlich nicht in eine Pfanne gemacht, weil ich nachher den Ansatz, den Bratenansatz, der da noch überbleibt, den werde ich für die Portweinsoße noch mal nehmen. Das Butterschmalz ist jetzt schon schön heiß und jetzt kann ich da meine Keulen schon mal rein geben. So, das lasse ich einen kleinen Moment anbraten. Jetzt können dann auch die Wachtelbrustchen damit zu. Ich mache das immer so, dass die Seite, die offene Seite vom Speck nach unten kommt. Dann kann das ein bisschen ankleben. So, die Brustchen, die können jetzt schon einmal gewendet werden. Die Keulen lasse ich immer etwas länger, dass es ein bisschen Farbe bekommt. Dann ruhig auch noch mal so ein bisschen auf die Seite legen. Na ja, die können dann auch so ein bisschen auf die Seite bleiben, bevor wir alle schon ein bisschen Farbe haben. Vielleicht werde ich schon mal die Teulen nehmen. Jetzt werde ich schon mal die Teulen nehmen. Jetzt werde ich schon mal die Teulen nehmen. So, jetzt lege ich hier nochmal auf die Seite. So, und die Keulen können jetzt auch schon mal raus, dass das ein bisschen abtropfen. So, jetzt mal ausstellen. Wie gesagt, das behalte ich jetzt erstmal über. Da kommen jetzt gleich auch noch mal etwas von einer Lauchstriegel rein. Die lasse ich da mal so ein bisschen drin brutzeln. Und dann gebe ich auch gleich noch mal die Steinpilze dazu. über die Brustchen-Marke für Backadenfolie und stelle sie dann in den Back oben. Die Kartoffeln sind jetzt geschält, klein geschnitten und ins Wasser gegeben mit ein bisschen Salz. Die Müllchen habe ich geputzt auch schon mal ins Wasser gegeben. In der Zwischenzeit kochen die Kartoffeln gut und die Müllchen sind auch am Köcheln, sind also auch gleich fertig. In der Zwischenzeit werde ich jetzt schon mal die Haut anbraten. Die lege ich mir so in die Pfanne. Und stelle dann einfach den Kartoffel-Topf da oben auf. Das ist einfach, dass die dann so ein bisschen Druck von oben haben und auch schön flach bleiben. Und die Kartoffeln können auch ein bisschen nachgaren. Die Kartoffeln, die kochen jetzt hier oben inzwischen schon. Die Haut sieht sehr schön aus, sie ist schön glatt geblieben. Jetzt stelle ich die Kartoffeln mal beiseite. Da brauche ich jetzt erstmal noch ein Tellerchen. Und gebe da dann die gebratene Haut erstmal auf. So, die stelle ich beiseite, die gibt es nachher noch dazu. Das wird jetzt alles nochmal erhitzt. Die Rauchzwiebelchen, die können hier ruhig noch drin bleiben, die sind ja relativ groß. Die nehme ich mir nachher mit raus. Und wenn der Topf dann jetzt schön heiß ist, dann lösche ich das Ganze jetzt ab. Ich habe hier jetzt 100 Milliliter von dem Portwein. Und lasse das Ganze jetzt etwa auf zwei Drittel eintrücken. Zwischendurch dann ruhig mal so ein bisschen den Bratensatz unten lösen. Das gibt noch mal ein bisschen Aroma, ein bisschen Geschmack. Während jetzt der Portwein so ein bisschen einkocht, kann ich jetzt hier schon mal meine Pilze, die ich in Wasser eingeweicht habe, hier dazugeben. Ich gieße die durch ein Sieb. Das Wasser braucht man jetzt auch nicht weg machen. Dann kann man nachher auch noch ein bisschen zur Soße dazugeben. Und die Pilzchen, die werde ich mir jetzt noch mal ein bisschen klein schneiden. Eigentlich hatte ich geplant, die vor der Reduktion vom Portwein nochmal im gleichen Fett ein bisschen anzubraten. Nicht alles macht man so, wie man es sich vornimmt. Wir werden es eben nochmal separat ein bisschen in Butter angebraten. Ich schneide mir die jetzt noch so ein bisschen klein. Und gebe sie dann einfach in die Butter. Der Portwein ist jetzt schon soweit reduziert. Jetzt gibt es also etwa 250-300 Milliliter Wildfau dazu. Fisch das damit ab und rühre das nochmal gut durch. Das Ganze jetzt also auch nochmal einreduzieren. Das Möhrchen ist so gut wie fertig. Das ist also gut eingeduziert. Das werde ich mir ja hier schon mal die Möhrchen vorbereiten. Ein wenig Butter heiß machen. Da kommt dann gleich der Zucker dazu. So, dann gebe ich hier den Zucker mit bei. Und das Ganze dann so ein bisschen karamelligieren lassen. Aber vorsichtig, das wird ziemlich schnell braun. So, das reicht dann auch schon. Da gebe ich jetzt meine Möhrchen wieder mit rein. Dann schwenke ich die einmal schön durch. Und gieße jetzt noch ein bisschen was von dem Saft bzw. vom Kochwasser der Möhrchen auf. Und das Ganze lasse ich jetzt einkochen, bis das Wasser dann wieder weg ist. Und dann ist es auch schon fertig. So, ich werde jetzt mal den Kartoffelstampf machen. Die Kartoffeln habe ich nochmal so ein bisschen abtropfen lassen. Als erstes gebe ich die jetzt in meine Presse. Ich könnte jetzt also dieses Teilchen hier rausnehmen. Und diese Presse kann ich übrigens empfehlen. Die ist wirklich klasse. Zwar nicht wirklich groß. Es kommt auch immer so ein bisschen was an der Seite raus. Nicht wirklich viel. Aber es ist sehr einfach und ohne großen Kraftaufwand zu machen. Ich gebe da meine Kartoffelchen rein. Und drücke dann einfach einmal durch. Dann gebe ich gleich noch ein bisschen Milch dazu. Meine Filze. Und die Petersilie. Und das Ganze schön durchgemengt. Noch ein klein wenig Salz damit bei. Und dann ist das Ganze hier auch schon fertig. Jetzt geht es nochmal an das Sößchen. Da gebe ich jetzt ein paar Butterflocken dazu. Und zwar eisekalte. Das heißt, diese eisekalte Butter, die soll jetzt eigentlich dazu beitragen, dass die Soße etwas sämig wird. Meistens klappt, aber nicht immer. Die darf dann auch nicht mehr aufgekocht werden. Mal so Stückchenweise dazugeben. Wichtig ist, dass die eisekalt ist. So ein klein bisschen sämig wird es jetzt schon. Sollte das nicht klappen. Was leider auch öfter passiert. Also mir jedenfalls. Dann kann man das auch immer noch mal so ein bisschen mit Kartoffelstärke oder Maisstärke ein klein wenig nachdicken. So richtig wird es heute hier nicht. Ich möchte jetzt aber auch nicht noch mehr Butter rein geben. Das hat sich vom Geschmack her eigentlich schon genügend. Und darum habe ich mir hier schon ein wenig Speisestärke vorbereitet. Ich habe jetzt hier mal so einen halben Teelöffel genommen. Da kann dann aber noch mal das Feuer angemacht werden. So, ich lasse das jetzt noch einmal kurz aufkochen. So weit ist jetzt alles fertig. Dann kann angerichtet werden. Ich nehme hier also meinen kleinen Ring. Gehe über da den Kartoffelstampf rein. Den Ring butter ich immer so ein bisschen aus. Dann lässt sich das ein bisschen leichter aufnehmen. Den Deckel hätte ich vielleicht auch einbuttern sollen. Dann nehme ich mal die Keulchen und die Bürste hier raus. Die sehen wunderbar aus. Als nächstes gebe ich mir dann mal die Möhrchen da mit bei. Weil die sind ein wenig weich geworden. Aber das kann im Eifach das Gefechts mal passieren. Und die letzte auch noch. Dann kommen meine Wachtelwurstchen dazu. Und die lege ich beide hier mit an. Und die Keulchen können auch damit bei. Und dazu kommt jetzt noch meine Soße. Da brauchen wir nicht zu viel drauf machen. Die kann man dann auch nochmal in den Tisch mit zustellen. Dann noch ein wenig vom Pilzkraut. Und dann klein wenig Petersilie oben drauf. So. Jetzt hätte ich beinahe noch vergessen. Diesen wunderbaren Wachtelhautchips. Und das war es dann soweit. So werde ich das jetzt servieren. Das ist wie gesagt der Hauptgang. Als Nachtisch kommt dann jetzt nochmal von lila Kuchen frittiertes Vanilleeis. Ich wünsche jedenfalls einen sehr guten Appetit. Viel Spaß beim eventuellen Nachkochen. Auch viel Spaß beim Anschauen der anderen Videos. Die zu diesem Fünf-Gänge-Menü gehören. Den ersten Gang. Den hat ja Hanna Kocht einfach gemacht. Da gab es dann diese leckeren Lachs-Zucchini-Pastetchen. Ron's Kitchen. Hat eine ganz leckere Zitronen-Parmesan-Suppe gemacht. Kochen mit Schau. Hatte ein pochiertes Schweinefilet in Sesam gewälzt. Ja und zum Nachtisch halt von lila Kuchen. Das wunderbar frittierte Vanilleeis mit fruchtiger Soße. Ich hoffe es hat Spaß gemacht. Ich hoffe es schmeckt. Und würde mich freuen wenn wir uns wiedersehen. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020